Hallo liebe SWLs, YLs und OM, Sie hören den Deutschlandrundspruch Nr. 3 des Deutschen Amateur-Radio-Clubs für die dritte Kalenderwoche 2018. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. DA0HQ ist Vizeweltmeister 2017. Dann gibt es eine RTA-Stellungnahme zum Vorhabenplan der Bundesnetzagentur für das Jahr 2018. Im Jahr 2017 gab es rund 5200 Funkstörungen. Klausurtagung des DARC-Vorstands, Radiostation ROI startet Sendebetrieb. Dann haben wir aktuelle Konteste im Programm und was gibt es Neues vom Funkwetter. Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch DA0HQ ist Vizeweltmeister 2017. Der amerikanische Amateurfunkverband ARRL hat die Ergebnisse der Weltmeisterschaft auf den Kurzwellenfrequenzen, der IARUHF Championship, veröffentlicht. Das deutsche DA0HQ-Team erreichte über 18,5 Millionen Punkte und wurde damit Zweiter hinter dem spanischen Team EF4HQ mit 19,6 Millionen Punkten. Den dritten Platz erreichte das französische Team TM0HQ mit 17,9 Millionen Punkten. Dank einer geringeren Fehlerquote konnte DA0HQ noch am TM0HQ-Team vorbeiziehen, welches nach den eingereichten Ergebnissen auf Platz 2 lag. Teamleiter Björn Bieske, Delta Lima 5 Alpha November Tango, dankte allen Mitstreitern sowie allen YLs und OM, die DA0HQ unterstützt und angerufen haben. Hier noch eine Erinnerung, wer seine Low-Power- bzw. QRP-Meldung für den DA0HQ-Sprint-Wettbewerb noch nicht eingetragen hat, sollte dies umgehend auf der DA0HQ-Webseite tun, sodass die Wertung finalisiert werden kann. RTA-Stellungnahme zum Vorhabenplan der Bundesnetzagentur für das Jahr 2018. Der Rundetisch Amateurfunk, kurz RTA, hat zum Vorhabenplan der Bundesnetzagentur für das Jahr 2018 eine Stellungnahme verschickt. Diese ist in einer aktuellen Vorstandsinformation veröffentlicht. Inhaltlich greift der RTA die drei Themen Prüf- und Messdienst, Marktüberwachung und Normen auf. Für den Bereich des Prüf- und Messdienstes kritisierte der RTA, dass er im Vorhabenplan nicht erkennen könne, wie die Bundesnetzagentur bei den massiv zunehmenden Breitbandstörungen vorgehen will. Der RTA sieht hier dringenden Handlungsbedarf, zum Beispiel eine Festsetzung, die Datenübertragung auf ungeschirmten bzw. unsymmetrischen Kabeln verbietet. Für den Bereich der Marktüberwachung sieht der RTA Probleme bei der Überwachung nicht konformer Produkte, die den europäischen Markt erreichen bzw. direkt aus Asien an den Endkunden gesendet werden. Im Schreiben wird angezeigt, dass die Bundesnetzagentur hier an wenigen exemplarischen Fällen mit großem Abschreckungscharakter einschneidende Bußgelder verhängt, damit das Gebaren solcher Inverkehrbringer möglichst schnell endet. Die Vorstandsinformation ist auf der DARC-Webseite abrufbar. Die Bundesnetzagentur registrierte 2017 rund 5200 Funkstörungen. Laut einer Pressemitteilung der Bundesnetzagentur hat der Prüf- und Messdienst der Behörde im Jahr 2017 in rund 5200 Fällen Funkstörungen und elektromagnetische Unverträglichkeiten vor Ort ermittelt und beseitigt. Knapp 800 Störungen betrafen sicherheitsrelevante Bereiche wie den Flugfunk, den Funkverkehr von Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei und den Bahnfunk. Der Prüf- und Messdienst leitet einen wichtigen Beitrag zum Verbraucherschutz und sorgt für eine effiziente und störungsfreie Nutzung des Frequenzspektrums, erklärte Jochen Hohmann, der Präsident der Bundesnetzagentur. Umso mehr freuen wir uns, dass die Verbraucher unser Angebot auch weiterhin kostenfrei nutzen können, wenn die Störung unverschuldet verursacht wurde. Der Prüf- und Messdienst der Bundesnetzagentur ist an 19 Standorten im Bundesgebiet vertreten. Funkamateure, die eine Störung melden wollen, können sich an die Funkstörungsannahme der Bundesnetzagentur wenden. Diese ist rund um die Uhr unter der Rufnummer 04821, Vorwahl von Itzehoe und dann der Anschluss 89 55 55 oder per E-Mail erreichbar. Die Adresse lautet funkstörung at bnetza.de. Bitte beachten Sie, bei der Absendung der Störungsmeldung immer den DARC mit auf CC zu setzen. Ist der DARC eingebunden, kann er auch bei Bearbeitungsstillstand auf die Bundesnetzagentur einwirken oder bei schwerwiegenden Fällen, die die Interessen aller Funkamateure betreffen, eventuell mit einem Fachanwalt gerichtlich vorgehen. Auch wenn Geräte wegen ihrer mangelhaften elektromagnetischen Immunität in der Umgebung einer Amateurfunkstelle auffällig werden, sind diese Vorkommnisse der Geschäftsstelle zur Kenntnis zu geben. Nur eine komplette Übersicht aller an die Bundesnetzagentur gemeldeten elektromagnetischen Störungen und Unverträglichkeiten hilft uns bei der weiteren Lobbyarbeit. Weitere Informationen zu Funkstörungen sind auf der Webseite der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Klausurtagung des DARC-Vorstands. Ende Januar trifft sich der Vorstand des DARC e.V. zu einer Klausurtagung in Regensburg. Im Rahmen dieser Tagung steht der Vorstand am Samstag, den 27. Januar, zwischen 14 und 16 Uhr seinen Mitgliedern für Fragen, Anregungen und Diskussionen zur Verfügung. Treffpunkt ist das Hotel Götzfried Wutzelhofen Nr. 1 in 93057 Regensburg. Um den für diese Gesprächsrunde benötigten Platz abschätzen zu können, bittet der Vorstand alle Interessierten um eine kurze, formlose Nachricht per E-Mail mit Angabe der Personenzahl. Der Vorstand wird sich künftig auf allen größeren Veranstaltungen den Fragen und Vorschlägen der Mitglieder stellen. Dafür soll, wenn möglich, jeweils ein Zeitfenster freigehalten werden. Sprechstunden also, bei denen sowohl im großen Auditorium als auch in Einzelgesprächen eventuelle Unklarheiten beseitigt und neue Ideen gefunden werden können. Radiostation ROI startet Sendebetrieb. Im Januar 2018 startete die Radiostation Radio Oberlausitz International. Sie sendet Programminhalte zu Oberlausitzer Besonderheiten, Interessantes aus aller Welt und Beiträge zum Amateur Not- und Seefunk. Sie befindet sich in der Oberlausitzer Stadt Zittau und richtet sich an internationale Hörer. Umrahmt wird das Programm mit Musik von Sendern wie Radio Nordsee International. Der Inhaber von Radio Oberlausitz International, André Breutigam, hat den Beruf des Rundfunk-Sendetechnikers erlernt und danach auf diesem Fachgebiet studiert. Im weiteren Verlauf des Jahres werden die Ausstrahlungen von Radio Oberlausitz International auf 6070 kHz im 49-Meter-Band durch Kooperation mit Channel 292 bezüglich der Sendezeit erweitert. Sendeplätze außerhalb von Europa werden durch Zusammenarbeit mit internationalen Radiostationen aufgebaut. Zusätzlich zur analogen Aussendung auf Kurzwelle werden digitale Aussendungen auf 6070 kHz die Inhalte des Bildradios zugänglich machen. Die Sendungen werden mit 10 kW und 100 kW im 49-Meter-Band ausgestrahlt. Eine Erweiterung der Sendefrequenzen und Sendeleistung ist vorgesehen. Empfangsberichte werden zeitnah mit einer ROI-Card, analog zur QSL- bzw. EQSL-Karte, bestätigt. Hörerbeiträge sind willkommen und werden bei Eignung gern gesendet. Das Programm ist jeden ersten Samstag im Monat von 20 bis 24 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz im 49-Meter-Band und täglich von 18 bis 24 Uhr über YouTube als Livestream zu empfangen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.radio-oberlausitz-international.de Aktuelle Konteste an diesem Wochenende, 20. und 21. Januar, da findet in Ungarn der Hotel Alpha DX Contest statt. Außerdem am 21. Januar in Tschechien der Oskar Kilo VHF, UHF, SHF Activity Contest. Am nächsten Wochenende, 27. und 28. Januar, da gibt es in Frankreich den REF Contest, dann in Großbritannien den BARTG RTTY Sprint und in Belgien den UBA DX Contest. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des Contest-Referates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL Ausgabe 1 2018 auf Seite 60. Der Funkwetterbericht vom 16. Januar, herausgegeben wie immer von Hartmut Büttig, DL1 VDL. Zunächst der Rückblick vom 8. bis 15. Januar. Die Messwerte der 10,7 cm Radiostrahlung der Sonne, also des solaren Fluxes, betrugen wie in der Vorwoche konstant 70 Einheiten. Der einzige Sonnenfleck, 2696, war wiederum nur zierde und inaktiv. Geomagnetische Störungen gab es am 8. Januar sowie in den Nachtstunden des 14. und 15. Januar. An den anderen Tagen fanden wir ruhige geomagnetische Bedingungen mit K-Werten zwischen 2 und 0 vor. Die DX-Bedingungen auf den Bändern unter 14 MHz waren sehr gut. Abends ab etwa 19 Uhr UTC war an einigen Tagen das 40-Meter-Band weltweit offen. Japanische, afrikanische und amerikanische Stationen waren zeitgleich präsent und mit 100 Watt zu arbeiten. Beim DRRC 10-Meter-Contest war die Streckendämpfung und das Fading im Vergleich zu den Vorjahren deutlich größer. Vorhersage bis zum 23. Januar. Wir erwarten unveränderte, sehr geringe Sonnenaktivität. Die Fluxwerte werden konstant bei 70 Fluchseinheiten verharren. Die koronalen Löcher bleiben funkwetterbestimmend. Wir erwarten bis zum 18. Januar ein überwiegend ruhiges geomagnetisches Feld, bevor das koronale Loch CH848 geoeffektiv wird und bis zum 21. Januar unser Erdmagnetfeld stört. Die DX-Bedingungen auf den Bändern unter 20 Meter bleiben gut. Geringe Dämpfung und eine nur kurz bei Tageslicht wirkende D-Schicht begünstigen diesen winterlichen Charakter. Auf 20 Meter und an einigen Tagen auch auf 17 Meter finden wir Bandöffnungen nicht nur nach Süden hin. Die kaum bekannten Meteorstürme der Draconiden, Bootiden, Delta-Zankriden und Alpha-Leoniden, die uns im Januar ein paar Eisenatome in die Ionosphäre spucken, führen hin und wieder zu kurzen Ausbildungen der sporadischen E-Schicht. Wenn man beispielsweise im vermeintlich geschlossenen C-Meter-Band CQ ruft, wird man oftmals von RBN-Empfängern aus Finnland zurückgemeldet. Und hier noch die Orientierungszeiten für Greyline DX. Alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 17.18 Uhr. In Ostaustralien um 19.15 Uhr. In Westaustralien um 21.26 Uhr. In Singapur um 23.12 Uhr. Sonnenaufgang in Japan ist um 21.50 Uhr. Weltzeit. Auf Hawaii um 17.11 Uhr. In Anchorage in Alaska geht die Sonne auf um 18.52 Uhr. UTC in Johannesburg in Südafrika um 3.29 Uhr. An der USA-Westküste in Kalifornien um 15.24 Uhr. Auf den Falkland-Inseln um 8.03 Uhr. Und in Berlin in Deutschland geht die Sonne um 7.09 Uhr. Weltzeit auf. Sonnenuntergang USA-Ostküste 21.54 Uhr. USA-Westküste 1.16 Uhr. In Sao Paulo in Brasilien. Dort geht die Sonne unter um 21.58 Uhr. UTC auf den Veitland-Inseln um 0.09 Uhr. Auf Hawaii um 4.10 Uhr. Sonnenuntergang in Anchorage in Alaska ist um 1.23 Uhr. In Johannesburg in Südafrika um 17.05 Uhr. In Neuseeland um 7.42 Uhr. Und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 15.23 Uhr. UTC hinter dem Horizont. Das war der DARC Deutschland-Rundspruch für diese Woche. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper, DH5FFL, vom Amateurfunkmagazin CQDL. Diesen Rundspruch gibt es auch als PDF und MP3-Datei auf der DARC-Webseite sowie in Packet Radio unter der Rubrik DARC. Wenn Sie Meldungen für den Deutschland-Rundspruch haben, also mit bundesweiter Relevanz, dann schicken Sie gerne Ihre Infos und Beiträge per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail bitte ausschließlich an die E-Mail-Adresse redaktion-at-dARC.de. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche.